Usov will russische Verluste verringern. Ist das möglich? Die gesamte russische Doktrin basiert auf schlechten Training und billigen Massen Equipment. Müssen die dann nicht alles ersetzen? Nö, wir können mehr Zeit. Es fängt schon damit an, dass sie mehr Zeit in Ausbildung stecken, sich mehr Zeit lassen. Und dann ist es eine Frage des Materials. Die Russen haben ja nicht nur schlechtes Material. Sie wollen halt weiter angreifen, ohne genügend mechanisierte Kräfte zu haben. Schauen wir uns die jetzigen Angriffe an, dann wird das durchgeführt, was von beiden Seiten gerne Fleischangriffe genannt werden. Das dürfen wir nicht falsch interpretieren. Wir reden nicht von menschlichen Wellen, das Soldat auf Soldat aufmarschiert und ins Gefecht rennt. Aber das sind Trupps mal 10 Mann, mal 5 Mann, mal 40 oder 80 Mann, die hauptsächlich zu Fuß ins Gefecht gehen. Vielleicht fahren sie auf einem Schützenpanzer ins Gefecht, springen ab und der haut sofort wieder ab. Das ist nicht die normale Doktrin. Das ist auch nicht die normale russische Doktrin. Ein Schützenpanzer ist im Gegensatz zum Transportpanzer so konzipiert, dass er vor Ort bleibt und den Infanteristen mit seinen Waffen unterstützt. Das tun die russischen Schützenpanzer häufig nicht. Warum? Weil sie zu wenige haben. Die werden als Taxis benutzt, um die Soldaten vor Ort zu bringen. Dabei schießen sie ein bisschen, aber dann hauen sie sofort wieder ab, damit sie die nächste Gruppe heranbringen können oder sich in Sicherheit bringen können. Jetzt alles, was die Russen tun müssen, um ihre Verluste zu verringern, ist mehr investieren, mehr Schützenpanzer haben. Und wenn die Soldaten nicht mehr auf dem Schützenpanzer reiten, sondern in einem sind, weil genügend Platz in Schützenpanzern ist und diese Schützenpanzer dann vielleicht FPV-Schutzschilde haben, also Platten, Gitter etc., die FPV-Drohnen abwehren oder gar elektronische Kriegsführungen, die dagegen effektiv sind, dann werden die russischen Verluste schlagartig niedriger sein. Das kostet halt. Und dazu muss man die Rüstung ankurbeln, die Produktion ankurbeln und man muss die Intensität der Angriffe und die entsprechenden Verluste, also die Bereitschaft, Verluste zu erleiden, muss man mit anpassen. Und wenn Belousov einen langen Krieg erwartet, dann ist das durchaus machbar. Also das ist nicht so, dass die Russen alles ändern müssen. Sie haben ja durchaus eine Doktrin gehabt, auch wenn wir uns die Bataillonskampfgruppen zum Beispiel anschauen. Die waren ja nicht geplant, dass die weggeworfen werden. Die sehen wir heute nicht mehr, weil die Russen nicht mehr genügend mechanisiertes Material haben, um überall die doktrinären Bataillonskampfgruppen überhaupt einsetzen zu können. Alles, was die Russen tun müssen, ist die Produktion stark genug steigern. Und die Verluste, die sie erleiden, im Schach halten, indem sie nicht zu intensiv angreifen. Nächster Punkt wäre Artillerie erhöhen. Ob ich zur Artillerievorbereitung ein paar Schuss abgebe oder so viel Munition habe, dass ich den Gegner komplett eindecken kann und unterdrücken kann. Wenn ich viel mehr Gleitbomben einsetzen kann, wenn ich viel mehr Artillerie oder gar Präzisionsartillerie, Krasnopol zum Beispiel, lasergelenkte Granaten etc., wenn ich die einsetzen kann, wenn ich davon vielfacher habe, dann werde ich weniger Verluste allein. Also alleine durch eine effektivere und deutlich größere Rüstungsproduktion kann Russland seine Verluste spürbar verringern. Ja, oder aber viel mehr an Gelände gewinnen, wenn es mit gleichen Taktiken weiterarbeitet. Also es ist, das ist ein realistischer, realistisch möglich. Und ich bin in dem Lagebericht, wo es das auftauchte, bin ich auch darauf eingegangen, dass es für ihn bedeutet, dass die Aussagen, ich werde die Verluste verringern, wird natürlich auch insofern helfen, als dass es die Rekrutierung erleichtert. Denn es ist eine Geschichte, Patriot zu sein in einem Krieg, wo man für sein Land kämpfen will. Und es ist eine andere, Patriot zu sein in einem Krieg, wo man für sein Land kämpfen will, aber glaubt, man überlebt nicht. Man wird einfach als Kanonenfutter weggeworfen. Und dass sich mehr Leute freiwillig melden, wenn sie eine realistische Chance sehen, diesen Krieg zu überstehen, als wenn sie glauben, sie tun vielleicht ihre Pflicht, aber sie kommen sowieso nicht nach Hause. Das sollte sich eigentlich selbst erklären. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.